Auch wenn die Wall Street etwas uneinheitlich tendiert, vorbörslich mit dem Nasdaq im Minus, haben wir überwiegend gute Nachrichten im Tech-Universum. Salesforce seit über fünf Jahren nicht eine einzige Quartalsenttäuschung. Und nach dem abgelaufenen Quartal werden die Ziele übertroffen und die Aussichten werden angehoben. Wir haben sehr, sehr viele Anhebungen an der Wall Street, was die Kursziele betrifft. Und JP Morgan sieht die Aktie jetzt bei 310 Dollar, Raymond James sogar bei 340 Dollar, Wedbush Security bei 315 Dollar und aktuell notiert der Wert gerade mal bei 267 Dollar. Also die Wall Street applaudiert wie so oft bei Salesforce. Ich gehe gleich auch noch auf die Details ein. Auch Snowflake, Network Appliance und Splunk nach den Ergebnissen im Plus. Es gibt nur zwei Verlierer nach Quartalszahlen, einmal Box mit einem Minus von zweieinhalb Prozent und Autodesk mit einem Minus von sieben Prozent. Auch dazu gleich ein bisschen mehr. Aber bleiben wir bei Salesforce. Die zahlen auf breiter Front der Umsatz, die operativen Margen, die Aussichten. Alles besser als erwartet. Und was die Wall Street hier besonders positiv hervorhebt, ist die Tatsache, dass das Wachstum im jetzt laufenden Quartal im Wesentlichen durch Salesforce selbst getragen wird und nicht unbedingt durch Slack. Man hatte ja das Unternehmen erworben für 28 Milliarden Dollar. Aber auch exklusive Slack wird das Umsatzwachstum im Fiskaljahr 2022 bei 21 Prozent liegen. Insgesamt peilt Salesforce einen Umsatz von 26,2 bis 26,3 Milliarden Dollar an. Das ist ein Plus von 23 bis 24 Prozent. Ohne Slack 21 Prozent. Also sehr positiv. Die Credit Suisse hebt das Kursziel auf 290 Dollar an. Und auch bei Bernstein ist ein sehr einflussreiches Brokerhaus an der Wall Street im Tech-Universum. Hier steigt das Kursziel auf 310 Dollar. Und man betont, dass die Aussichten des Managements für das laufende Quartal wahrscheinlich zu konservativ sein dürften. Man dürfte erneut in der Lage sein, die Ziele zu übertreffen. Auch das gehört natürlich mit dazu, dass die Manager der Konzerne die Erwartungshaltung an der Wall Street so managt, dass die Ziele zu guter Letzt eben auch noch geschlagen werden können. Also Salesforce viel Applaus hier an der Wall Street. Bei Snowflake hebt das Brokers Cowen & Company nach den Ergebnissen das Kursziel auf 355 Dollar an. Also auch hier positive Kommentare. Vor allen Dingen, was die Aussichten betrifft des frei verfügbaren Cashflows und das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung kann Snowflake positiv beeindrucken. Jetzt gibt es einen größeren Verlierer. Autodesk verliert 7 Prozent vor Handelsstart an der Wall Street. Das ist ein Unternehmen, das auf dem Bereich Software für die Bauindustrie, für Infrastruktur fokussiert ist. Hier gibt es zwei Faktoren, die enttäuschen. Einmal wird der frei verfügbare Cashflow in dem jetzt laufenden Quartal unter den Erwartungen des Marktes liegen. Und der zweite Faktor, die sogenannten Billings, also Rechnungsstellungen. Auch hier liegt man unter den Erwartungen der Wall Street. Ganz kurz noch abseits der vielen Ergebnisse. Heute Abend werden unter anderem die Zahlen von Dell gemeldet und von Hewlett Packard. Da wird man sehr gut hinschauen. Auch Paladin meldet heute Abend Ergebnisse. Wir haben im Vorfeld positive Kommentare des Brokerhauses Needham mit einem Kursdeal von 135 Dollar. Allerdings reduziert man die Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr 2022, weil die neuen Laufbänder, ihr erinnert euch, Paladin hatte Probleme mit den Laufbändern. Es gab Sicherheitsbedenken, es gab Verletzungen, sogar ein Todesfall. Und dementsprechend mussten die Laufbänder vom Markt genommen werden. In dieser Woche hat man die neuen Laufbänder vorgestellt. Und bisher ging man davon aus, dass es Mitte, Ende Juli losgehen würde. Jetzt wird es erst Ende August sein. Und dementsprechend verschieben sich die Einnahmen dadurch minimal. Man wird sich heute Abend bei den Ergebnissen von Paladin auf zwei Faktoren fokussieren. Einmal die schwierigen Vorjahresvergleiche. Letztes Jahr hat Paladin natürlich sehr stark profitiert von der Pandemie. Wie geht das Management damit um? Und der zweite Faktor, warum sollte man jetzt Paladin noch kaufen, wo doch jetzt vermutlich jedenfalls der Gipfel der jüngsten Deltawelle in den Vereinigten Staaten erreicht ist und möglicherweise auch schon hinter uns liegt. Was bedeutet das für Paladin? So, Zoom wird bei Morgan Stanley zum Kauf empfohlen. Heute, Zoom Video, liegt natürlich auch daran, dass immer mehr Unternehmen jetzt dazu übergehen, ihr Personal später zurückzuholen. Viele werden ihr Personal erst ab Anfang kommenden Jahres in die Büros zurückholen. Und dementsprechend boomen natürlich die Videoconference-Services, zu dem Zoom gehört. Morgan Stanley, Schwergewicht an der Wall Street, hat also richtig Umf dahinter. Wenn so ein Haus sagt, wir stufen auf, auf überdurchschnittlicher Performer. Die Bewertung der Aktie ist stark zurückgelaufen und jetzt zu negativ. Und von daher also sei der Zeitpunkt gekommen, hier ein bisschen mehr Gas zu geben. Apropos Unternehmen, holen ihr Personal etwas später zurück. Einer der tragenden Faktoren der Rallye in dieser Woche sind die Meldungen um Covid und die Delta-Variante. Die Hoffnung, dass ein Zenit der Delta-Welle quasi erreicht ist oder auch schon hinter uns liegt. Und wir sehen, dass jetzt mit der offiziellen Zulassung des Pfizer-BioNTech-Impfstoffes eben jeden einzelnen Tag mehr obligatorische Impfungen umgesetzt werden. Delta Airlines ist jetzt das erste wirklich große Unternehmen, das Arbeitnehmer finanziell benachteiligt, wenn man sich nicht impfen lässt. Jeden Monat werden 200 Dollar vom Gehaltszettel abgezogen von all denjenigen, die keine Impfungen haben. Also es ist schon erstaunlich, mit welcher Brechstange man hier vorgeht. So umstritten das auch sein mag, ist es aus Sicht der Wall Street natürlich positiv. Je mehr Menschen geimpft sind, umso geringer ist das Risiko für die Wirtschaft. Und dementsprechend also profitiert der Aktienmarkt natürlich von dieser Entwicklung. Und bei Moderna und Johnson & Johnson dürften die Impfstoffe dort in wenigen Wochen auch die offizielle Genehmigung der amerikanischen Gesundheitsbehörde bekommen. Und nochmal, all diese Impfstoffe gibt es natürlich schon in den USA schon sehr lange, aber nur auf Notfallgenehmigungsebene und noch nicht auf Ebene der rechtlich offiziellen Zulassung. Und das ist sehr wichtig. Obligatorische Impfungen seitens Unternehmen können nur dann rechtens umgesetzt werden, wenn diese Medikamente natürlich von der Gesundheitsbehörde auch voll und ganz akzeptiert und zugelassen sind. So, wir haben einige Unternehmen, die ein bisschen mehr Gegenwind sehen in Sachen Wachstum durch die Covid-Welle. Aber auch das wird von der Wall Street positiv gewertet. Nehmen wir mal zum Beispiel American Airlines oder Medtronics. Beide sagen, ja, die Erholung hat ein bisschen an Dynamik verloren. Aber die Betonung liegt auf ein bisschen. Und damit kann die Wall Street leben. Zumal viele davon ausgehen, dass das nur temporär sein wird, eine solche Wachstumsdelle. Das ist eben auch der Punkt mit Jackson Hole und der Rede von Jerome Powell. Was wird er sagen? Der wird sagen, naja, also tolle Fortschritte gemacht auf der Inflationsseite, am Arbeitsmarkt, Ziele noch nicht vollends erreicht. Wir sehen Risiken durch die Covid-Delta-Variante. Wie dem auch sei, ist eine Drosselung der Geldpolitik der monatlichen Anleihekäufe im vierten Quartal angebracht. Daran dürfte sich also nicht so viel ändern. Das dürfte das Signal sein. Im Übrigen ist Südkorea nun die erste große Zentralbank, die eine Zinsanhebung umgesetzt hat. Warum? Weil das Geldpolitische Risiko größer sei, die Wirtschaft laufe heiß und dementsprechend sei der Zeitpunkt gekommen, um jetzt die Zinsen anzuheben. Man merkt also, dass global eben doch zumindest ein Zenit bei der aggressiven Geldpolitik erreicht ist. Ein weiterer treibender Faktor an der Wall Street ist die Hoffnung auf das Infrastrukturpaket. Das waren mit die größeren Gewinner gestern. Der Energiesektor, der Industriesektor, der Infrastrukturbereich. All das profitiert jetzt von der wachsenden Hoffnung und Wahrscheinlichkeit, dass spätestens am 27. September das Infrastrukturpaket abgenommen und genehmigt wird. Man muss sich nur über eins im Klaren sein. Bis dahin wird in Washington viel dreckige Wäsche gewaschen. Die Schuldendecke muss angehoben werden. Das wird eine ziemliche Schlammschlacht. Die sogenannte Reconciliation Bill, das 3,5 Billionen Dollar Monsterpaket, das wird auch zu einem unglaublichen Tauziehen führen zwischen den Moderaten und den progressiven Demokraten. 3,5 Billionen wird nie im Leben durchgehen. Aber wie weit kann das Volumen reduziert werden, ohne die progressiven Demokraten zu verlieren? Das wird also eine ziemliche Schlacht. Außerdem werden sich die Republikaner auch hinsetzen und sagen, look guys, wenn ihr uns da nicht entgegenkommt, dann werden wir der Anhebung der Schuldendecke nicht zustimmen. Also hier gibt es wirklich viel Dreck zu waschen sozusagen im September. Und die Schlagzeilen werden es wahrscheinlich auch zeigen in anderen Worten. Auch das Risiko von Steueranhebungen nimmt zu, zumindest in den Headlines. Nicht in dem tatsächlichen Endresultat. Und ich bleibe dabei, wir bekommen das Infrastrukturpaket. Ja, das kommt. Und wir bekommen Schlagzeilen, mögliche Steueranhebungen. Aber zu guter Letzt wird es so gut wie, wenn überhaupt, Steueranhebungen in den Vereinigten Staaten geben. So, last but not least möchte ich euch einen Chart zeigen. Wertpapierkredite. Look, der Markt boomt ohne Ende. Die Bilanz der Notenbank hat sich mehr als verdoppelt. Die Gewinne der Unternehmen laufen by the dip seit über 200 Handelstagen. Kein Rücklauf von 5%. Bye, 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 bye. Oder wie geht das noch, ne? Have a good day, goodbye. Bye, bye. Also alles wird zum Kaufen genutzt. Und das sieht man natürlich auch an den Wertpapierkrediten. Und diese Grafik ist ganz interessant. Die Wertpapierkredite an der Wall Street sind seit dem Tief der Pandemie von unter 500 Milliarden auf zeitweise fast 900 Milliarden Dollar gestiegen. Und jetzt sehen wir dann doch einen kleinen Knick, nicht wahr? Wir sind immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber die Wertpapierkredite werden jetzt langsam reduziert, auch wenn dieser leichte Knick in der Grafik so aussieht, als hätte da eine Fliege hingeschissen auf gut Deutsch, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Es ist immer noch ein sehr, sehr kleiner Knick. Ihr wisst, was ich meine. Verzeiht mir die Wortwahl. Aber insgesamt ist das Volumen noch hoch. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.